Aha, als seliger Richter hier in den ähnlichen Taktgründen soll ich herausfinden, ob ein Plagiatsvorwurf, der gegen Beethoven erhoben wurde, stimmt oder nicht. Im Vertrauen, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin nur rabatscheter Jurist. Jetzt haben wir einen geschichtlich beneideten Schwachverständigen engagiert, der uns ein bisschen helfen soll. Bitte, Herr Schwachverständiger, wenn Sie sich vorstellen und dann immer dazusagen, was spülen, den Beethoven und den Heiden, von dem der Beethoven angeblich abgeschrieben hat. Also ich kann mir das alles nicht vorstellen. Bitte schön. Mein Name, Daniel Tastentrieb aus Dirigentenhausen, Beethovens Fünfter. Beethoven, Appassionata. Heiden, Sonata. Heiden, Sonata. Heiden, Sonata. Aber noch mal. Heiden, Sonata. Heiden, Sonata. Amen.